Das ist wirklich für die Ansichtskarten. Ich sag Ihnen auch warum. I tell you why. It was constructed intentionally in this way. Halten Sie sich fest. Das ist ein Symbol. Diese Durchsicht ist ein Symbol für die Weitsicht und Transparenz der bundesdeutschen Politik. Wer lacht da? Wer lacht? Das ist ein Symbol für die Vorsicht und die Transparenz der deutschen Politik. Ich muss das sagen. Ich muss das sagen. Das ist auch interessant. Also interessant. Der blaue Bungalow hier auf der Seite. Der blaue Bungalow. Wie sieht das für Sie aus? Das ist der Kindergarten des Bundestages. I see surprised faces. It's not what you think. Es ist nicht das, was Sie denken. Das sind nicht die Tagesstätte, wo wir uns um unsere Politiker kümmern. Nein. It's not where we take care of our parliamentarians. Nein. Das ist für die Kinder der Angestellten, die in der Verwaltung des Bundestages arbeiten. Okay. That's the day care for the children of the employees working in the administration of the government. Und hier können Sie sehen, überall neue Gebäude. Ich kann mich noch selber daran erinnern, vor elf, zwölf Jahren, da war hier nichts. Das war ein, das war ja Grenzgebiet und hier war alles frei. Das war ein weites Feld. Das war ein weites Feld.